Nach Jahren der Gefangenschaft im smaragdgrünen Albtraum ist Erstruide Malfurion Sturmgrimm endlich in die Welt der Sterblichen zurückgekehrt. Wieder vereinigt mit seiner geliebten Tyrande Wisperwind strebt Malfurion nach der Heilung des verderbten Weltenbaums Teldrassil, um der Seele seines Volkes neues Leben einzuhauen. Doch nun, da der Kataklysmus die Äste ihres enormen Baumes erschüttert, rüsten sich die Nachtelfen gegen den kommenden Sturm. Während Krieg und Zerstörung von allen Seiten drohen, liegt es an Nachtelfen wie Euch, Stärke zu zeigen und das Erbe Eures Volkes zu schützen. Seid gegrüßt! Seid gegrüßt! Seid gegrüßt! Seid gegrüßt! Dishnualla! Da kann ich mir hinfließen. Ich muss mehr ran. Ich muss mehr ran. Ich muss mehr ran. Ich muss mehr ran. Ich bin der Hut. Ich habe einen Blick auf einen Blick. Was führt euch hierher? Wie darf ich helfen? Aschhavenau. Ich bin geehrt. Ich bin geehrt. Geht in Frieden. Elun sei mit euch. Mögen euch nicht. Gibt es Ärger? Geht in Frieden. Hallo. Seid gegrüßt. Ischnu Daldieb. Elun beleuchte euren Weg. Ich bin ganz hoher. Der Nazis. Ischnu Allah. Was führt euch hierher? Die Göttin schützt euch. Ich bin geehrt. Mögen euch die Sterne. Läuel. Lieb ist schein. Amor und Frank mixiert dich. Oymang, Katzen.